Mein Name ist Abilaschen und ich bin Teil des Podcast-Teams Mangais. Wir sind ein Community-Podcast für queere südasiatische Perspektiven im deutschsprachigen Raum und dieses Jahr Teil des Come-in-Förderprogramms und wir möchten unsere Arbeit intersektional denken insofern, dass wir bei der Auswahl unserer Gästinnen versuchen, Lebensrealitäten und Perspektiven einzubringen, die wir selber nicht haben, aber wo andere Menschen uns mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen bereichern wollen und in den Folgen suchen wir auch gezielt nach Themen und Gästinnen, die über unsere Lebensrealitäten hinaus Perspektiven innehaben und mitbringen. Hi, ich bin Arti Diabano-Morri und ich bin Teil vom Mangais Podcast. Intersektionalität bedeutet für mich das Anerkennen von verschiedenen Lebensrealitäten. Und das wiederum bedeutet konkret für uns erstmal mehr Sichtbarkeit und politische und gesellschaftliche Teilhabe. Denn das Wissen, das wir aus unseren Communities mitgebracht haben, wurde lange von der deutschen Mehrheitsgesellschaft weder anerkannt noch geschätzt. Eine befreundete Person von mir hat es mal so erklärt, dass in der Zeit, in der für das Frauenwahlrecht in Amerika gekämpft worden ist und dieses durchgesetzt Bundes war dieser Kampf nicht für alle Frauen vorgesehen. Denn gemeint waren damit nur weiße Frauen. Afroamerikanische Personen waren in diesem Begriff nicht einbegriffen, inbegriffen. So sieht man, dass das durchgesetzte Frauenwahlrecht nicht automatisch heißt, dass alle Frauen wählen durften.